willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten im clan herausforderer wo wir immer noch leute suchen und man könnte meinen 1 von 38 die sind ja alle in quarantäne sind sie aber nicht ist halt normaler tag leute gehen normal arbeiten und ich nutze mal die uns der die kunst der krise um hier auch ein kurzes ist eigentlich nicht meine sache kurzes video mal für euch zu bringen einfach mal meinungen zu sammeln und es hat mich auf jeden fall erst mal gefreut dass es jetzt so ein bisschen ein bisschen rangeht ans eingemachte beziehungsweise an die ersten sachen die so ein bisschen im update kommen und auch hier im deutschen clan waren sie direkt verfügbar also neue level sind im anmarsch und das coole ist deswegen bin ich auch auf dem ratos 9 heute wenn ich hier einmal klicke dann kommt man hier auch rein neue level im anmarsch hurra update 19 märz ok wir halten mal fest neben den in den letzten wochen angekündigten kostenreduzierung das habt ihr sicherlich auch schon irgendwo gesehen und auch ich denke mal so die tabellen so ein bisschen studiert aber das war auch ziemlich ziemlich viel gibt es jetzt gebäude verbesserungen von beziehungsweise gebäudetruppen und verteidigungsanlagen und auch zauber also betrifft das erstmal denke ich mal ja rathaus 13 spieler kriegen auch noch 50 maustücke dazu okay die sie von 13 14 verbesserung schau dir die super coolen informationen unten an ich bin schon mal wieder sehr witzig da hatte wieder mal eine schalk im nacken und aber ihr seht das hier es geht bei rathaus 12 hier zumindest mit den truppen los das heißt also wir können verbessern ab rathaus level 12 also 12 3 alles was dann drüber ist kann es natürlich auch verbessern also wir können den kobold verbessern auf level 8 wir können barbaren auf 9 bringen lakai 9 valkyre 8 erleben wir da wohl ob die valkyre wieder kommt was meint er schreibt unten in die kommentare ob ihr sie überhaupt noch nutzt oder ob er sagt naja ob die jetzt ein update kriegt oder nicht ist mir latte ich nehme sie eh nicht ihr seht dann auch immer die tage es dauert ganz schön 16 tage auf rathaus level 13 die valkyre ist auch mal wieder am wort zum sonntag und sie kostet natürlich dunkles das finde ich natürlich gut weil die lager laufen ja bei vielen schon ewig seit ewigkeiten über und deswegen finde ich das an der stelle ganz gut jetzt kommen eigentlich zu einer sache wo rathaus level 9 auch von betroffen ist klar der zauber oder der gift zauber geht auf level 7 hoch auf rathaus level 13 aber zusätzlich kann der frost zauber im labor auf rathaus 9 auf level 2 verbessert werden vorher war es erst auf level auf rathaus stufe 10 möglich das finde ich richtig cool ich glaube der erfährt dann hier auch eine kleine daseinsberechtigung auf level 2 ist er immer noch nicht so pralle aber besser als auf 1 besser als auf 1 muss man ganz klar sagen gebäude rathaus ab rathaus level 11 das heißt also 11 12 13 die goldminen die elix sammler und auch der bohrer gehen ein level weiter okay wie viele tage fünf tage fünf tage sechs tage das geht ja das hält sich ja in grenzen das hält sich ja in grenzen und das coole plus jetzt kannst du einen dritten bohrer bauen das finde ich sehr gut rathaus 9 muss ein bisschen forciert werden was das dunkle angeht und jetzt wird er wahrscheinlich sagen ja ja komm der eine bohrer was macht er schon der macht schon ein bisschen was das glaubt mal ob man zwei oder drei bohrer hat das merkt man in jedem fall und finde ich auf jeden fall sinnvoll und sehr sehr gut hier dass auch rathaus level 9 also ein bisschen was abbekommt verteidigungsanlagen gehen erstmal nur auf rathaus 13 hoch also bogenschützen turmin werfer und die beiden bombtürmer da haben wir was zu tun leute finde ich auch ganz gut aber dass das hier auch für rathaus level 9 jetzt ein bisschen was dazu gibt finde ich natürlich umso besser denn die kleineren rathäuser profitieren nicht unbedingt immer von updates aber mal sehen das frühlingsupdate was es denn für uns denn hat und dieses update hier hat auf jeden fall 3000 dunkles fast also dieses dorf hier wo haben wir denn die queen die queen ist ist im ausbau wunderbar dann nehmen wir nur den king mit was habe ich am start okay ich habe hier ich habe hier noch ein wenig doch klar ich habe einen ganzen monat pass irgendwie am start wenn ich sie noch brauche und ich brauche sie noch typisches schönes farmdorf hier können wir hier schön reingehen mit aber wir nehmen mal die bogenschützen hier auch muss sie ja irgendwie verwerten und meine mauerbrecher gehen da exakt auf die ecke wunderbar da oben muss das noch weggehen dann was habe ich zwei pecker meine queen hier sprungzauber bist du direkt hier am am tesla wie immer oder kommt ein böser drache ja 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 da muss ich hart giften ja harter harter gifter und hartem gift ziehen hier unten heil ich habe meine ich habe meine club vergessen scheiße ach die geht jetzt natürlich außen lang ist klar ja dann folgt den da mal dann machen wir hier noch mal ein bisschen rabatz weil jetzt zum zum großen drachen geht irgendwie jetzt keine haupte aber um meine helden meine helden hauen sich da aber ganz gut durch stelle ich gerade fest hier außen geht schon ein bisschen was und meine queen die darf ich nicht vergessen ich darf nicht meine queen vergessen dann haben wir hier noch ein bisschen was und ich lasse mal die beiden hier auf den bohrer los in der hoffnung dass die den dann auch kriegen einen king geboren okay demnächst haben wir drei bohrer beziehungsweise demnächst haben wir ja drei bohrer die wir hier dann abräumen können das heißt also auch beim farm unter umständen auf die abgefahrten dörfer wird es dann etwas mehr geben also ich finde es sehr sehr gut ich mochte das dass das heute rauskam und deswegen habe ich gedacht dodo da mass einfach mal ein video um ein paar meinungen zu sammeln also schreibt mir gerne in die kommentare was ihr von dem ersten kleinen update sneak haltet haltet ihr das für sinnvoll oder ist das jetzt so der normale turn für euch ja war war sowieso mal an der reihe oder sagte er kommen das hätten sie sparen können lieber ein paar quality of life changes also ein paar paar verbesserungen hier was das was das clash of clans leben angeht ich glaube der holt auch eh nichts mehr denn nach wie vor ist es ja so dass vista ist beim vor allen dingen beim boosten die clan book immer hinten dran das könnten sie eigentlich mal weg machen das wäre so eine schöne quality of life changing wo sie das weg machen könnten wir haben da auch schon wieder im discord ein bisschen darüber diskutiert also viele sagen dann auch ja ich hoffe dass spenden in die clanburgen ist demnächst so dass das man dass man dort dass das auch zählt wenn man das spendet aber ist nicht ganz fair weil man kann es ja auch wieder rausnehmen und dann kann man es wieder reinfüllen das heißt man würde letztendlich seine spenden irgendwie nur so künstlich aufblähen oder so was sicherlich nicht so der fall ist okay den können wir noch mal machen wir nehmen wieder bowler und dann werde ich den robs gleich mal ein paar jettisch spenden mit dem avatar im nachthof gibt es im moment also darf dazu gab es ja jetzt nichts aber auch da weiß ich nicht ob da jetzt irgendwann mal was kommt und wie es sich wie es letztendlich dort im im update weitergeht beziehungsweise ob es ob es da überhaupt mal weitergeht oder ob das wirklich so vernachlässigt wird dass man sagt naja das nachthof spielen jetzt nicht so viele leute das lassen wir mal da lassen wir mal die update sein oder so da könnte ja auch mal könnte ja auch mal ein bisschen was kommen aber die samee ist sehr merkwürdig ich weiß ihr habt ihr jetzt heute schon einmal gesehen in einem meiner beziehungsweise heute in dem mittags video und aber ist gar nicht mal so schlecht ihr seht dass ich bin jetzt nicht so der der nachthof spieler eigentlich aber so ein bisschen geht er ja also ein bisschen mit den riesen bei meinem bilder hole 9 da bin ich im moment gerade ein bisschen am verzweifeln da klappt das nicht so gut da klappt das wirklich nicht so gut wie hier mit den kleineren meisterhütten habe ich da etwas weniger probleme da geht das ganz gut aber mit dem bilder hole 9 tue ich mich da unheimlich schwer also da höre ich mal maximal einen stern oder so und ich meine hier sind es jetzt schon wieder zwei sterne mit super coolen 68 prozent vermutlich ist das trotzdem verloren aber ich habe halt die zwei sterne für spiel ist klar gucke ich gar nicht mehr hin okay ich hoffe die kleine folge hier unter zehn minuten bleiben heute hat euch trotzdem ganz gut gefallen wenn ja dann das mal am ende das ist jetzt ein daumen nach oben da da sehen wir uns in jedem fall heute haben wir uns einen live stream ich habe gestern den live stream nicht gemacht am mittwoch das heißt also heute am donnerstag abend gibt es einen live stream auf twitch.tv und damit ich auch wirklich unter zehn minuten bleibe muss ich jetzt tschüss sagen vielen dank fürs zuschauen bis dahin euer toto ich